Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Chiland und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir über M-Plus-Dungeons uns erspielen können. Und ja, ich sitze da mittlerweile jetzt schon drauf. Ihr seht, hier haben wir das schicke Mount. Und zwar schimpft sich das einmal, wo haben wir es hier? Hagelsturm Panzerdon. Das kriegen wir über eine Heldentart. Und diese Heldentart finden wir einmal, wenn ihr reingeht unter Heldentaten und dann Dungeon. Natürlich nur dann, wenn ihr sie erspielt habt. Das ist ja immer bei Heldentaten so eine Geschichte. Die werden erst eingezeigt, wenn ihr die Voraussetzungen dafür bereits erfüllt habt. Was müssen wir genau machen? Und zwar brauchen wir hier die Heldentart Schlüsselmeister von Dragonflight Season 1. Da gibt es dieses Mount. Das wird in den nächsten Seasons dann dementsprechend auch noch weitere von den Achievements geben mit dem selben Model. Aber halt dementsprechend anderen Farbvarianten, wie wir das schon aus den vergangenen Expansions kennen. Das Ganze beinhaltet hier, dass wir eine Wertung im M-Plus von mindestens 2.000 in der ersten Season benötigen. Und da gibt es dann noch ein paar andere Erfolge. Ihr seht, es gibt quasi den Erfolg mit 750 oder Heldentart muss man ja dazu sagen von 750. 1.500, 2.000 ist das dann das Mount. Und dann gibt es noch ein weiteres und zwar 2.500, wo wir dann den Schlüsselsteinheld haben. Den benötigen wir aber wie gesagt nicht. Wir benötigen nur die 2.000. Was müsst ihr machen, um den Score soweit zu erhöhen? Und zwar, wenn wir einmal reingucken in den Dungeon Browser, ist es so, dass wir dementsprechend hier bei diesen Mythisch-Plus-Dungeons, die auf einer gewissen Keystufe spielen müssen. Im Durchschnitt war es ja früher immer so, dass man einen 15er-Key spielen musste. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und zwar reicht es eigentlich, wenn ihr im Schnitt einen 14er habt. Teilweise gibt es auch relativ viel Score, wenn ihr die nicht in Time habt. Also selbst wenn ihr ein bisschen über der Zeit seid, ich rede jetzt nicht davon, dass ihr eine halbe, dreiviertel Stunde über der Zeit seid, dann bringt es glaube ich keine Punkte mehr. Aber wenn ihr ein bisschen über der Zeit seid, kriegt ihr für einen Anführungszeichen depleteten Key auch noch relativ viel Score. Heißt im Schnitt 14er-Key, es reicht völlig aus oder ihr habt mal da einen 15er-16er, bei einem anderen nur einen 8er-9er-Key. Das tut sich dann in der Summe quasi wieder miteinander vermischen. Ihr müsst übrigens nicht nur einmal den Key gelaufen haben, sondern jeden Key in Fortified und Tyrannical oder wie ich gerne so sage, Boss und Trash-Woche. Das wechselt ja immer quasi einmal ab. Und dementsprechend seht ihr, wir haben hier verstärkt und tyrannisch und beide braucht ihr dementsprechend, um euren Score zu erhöhen. Der höhere von beiden, also ich habe jetzt zum Beispiel hier einen 20er-tyrannisch, bringt euch etwa zwei Drittel vom Score und der verstärkte bringt euch nochmal etwa ein Drittel. Heißt, wenn ihr gar keinen verstärkten Key habt, nur einen tyrannischen Key, dann habt ihr trotzdem nur etwa zwei Drittel von der Wertung, die ihr bekommen könntet. Das bedeutet auch, wenn ihr einen sehr hohen Key und einen sehr niedrigen Key habt, dann reißt der hohe Key mit der Punktzahl zwei Drittel in etwa raus. Heißt, es macht durchaus Sinn, bei jedem Dungeon minimum zwei Keys zu laufen, einen in tyrannisch, einen in verstärkt und einer von den beiden sollte halt möglichst hoch sein, dass ihr da gut Punkte rausbekommt. Gut, das war es eigentlich soweit, wie ihr das Mount kriegt. Wie gesagt, im Schnitt, wenn ihr 14er habt, dann sollte das eigentlich zumindest für das Mount passen. Alle weiteren Belohnungen, die ihr dann noch erhalten könnt im M-Plus, sind die Season, wie gesagt, dann noch diese 2500 und dann wie die letzten Seasons auch, wenn ihr die 20er in Time habt, dann gibt es jedes Mal noch eine Heldentat. Beziehungsweise zusätzlich gibt es dann zu der Heldentat einen Port, den ihr euch freischalten könnt. Und zwar haben wir sie hier, dann könnt ihr euch einfach zu der Instanz porten, hat acht Stunden Abklingzeit. Diese Abklingzeit wird aber abgeschlossen, wenn ihr das Dungeon quasi einmal abgeschlossen habt. Dann geht auch die Abklingzeit wieder auf null zurück. Die hängt übrigens mit allen alten Ports zusammen, also wenn ihr wie ich jetzt hier die alten Ports auch habt, dann haben die blöderweise alle dieselbe Abklingzeit, was ich jetzt nicht so nice finde. Und das ist auch tatsächlich, ja, auf den Char gebunden. Also die habt ihr dann nur mit dem Char, wo ihr es erspielt habt. Die einzigen Ports, die davon ausgenommen sind, sind irgendwie die Ports, die man sich in Shadowlands freischalten könnte über die Raids. Die haben irgendwie alle Twings. Ich weiß nicht genau, warum Blizzard da eine Unterscheidung macht, aber gut, bei den Dungeon-Ports könnt ihr die quasi nur Char-Wald nutzen. Gut, das ist soweit, jetzt die ganzen Informationen zu machen, beziehungsweise zu den Sachen, die ihr euch im Plus noch holen könnt. Sollten Fragen offen geblieben sein, dann schreibt die gerne in Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!